du 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 geh weg also geht's auch falls ihr irgendwelche fragen oder anmerkungen habt könnt ihr die gerne stein maple syrup ahornsirup wie geil oder maple syrup war doch ahornsirup ne ja falls nicht schreibe ich das habe ich das schon ins video geschrieben oder so tja ich glaube ich schnapp mir eben ein auto und ja dann sehen wir uns gleich so ich dachte ich nehme mir mal das polizeiauto und fahr vielleicht mal hier die straße da fahr ich übrigens auch im echten leben jetzt die frage wo fährt man her links oder rechts was ist das hier ach das ist die zufahrt zur autobahn ok war die nicht an einem stück abgebrochen oder so ich meine aber auf der linken seite aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher deswegen waren wir ganz vorsichtig okay das war nicht vorsichtig genug aber ich bin durchgekommen deswegen ist alles gut wo ist denn das schloss da oder da ich kann gar nichts sehen wegen der a-säule hallo hallo ich will ach ich steige jetzt einfach raus und schaue aber es sieht sehr schön aus es sieht schön aus aber trotzdem fände ich es cool zu wissen wo das ist aber vielleicht fahr ich auch gerade da hin das kann ja auch sein wie viel tank habe ich noch 6 prozent ah das ist nicht so cool ah es wäre schlecht würde ich jetzt in die vollkommen falsche richtung fahren aber ich glaube ich fahr hier mal links einfach mal so auf 4 prozent tank oh das ist nicht gut 3 prozent ich habe gott sei dank noch was habe ich noch was habe ich noch ding ist dabei tank gas kann wenn ach du scheiße ok das ist auf jeden fall sehr bergig hier ich glaube steig mal kurz aus moment da 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 ist es so dann hat es wieder 29 prozent dann sollte das schon mal besser gehen ähm ja pfff meine güte es geht hier nicht voran ich komme hier nirgends hin was sind das überhaupt komisch bäume rote bäume mit grünen blättern vielleicht geht es ja hier hoch ich schaue einfach mal zack das ist aber auch ein geländewagen polizeiwagen fahrzeug teil pfff was ist das denn was ist denn das hier ist aber sehr hätten die die straße nicht geradeaus asphaltieren können meine güte oh oh kacke 30 prozent leben hat das auto noch das ist nicht so cool was ist das hier sieht aus wie so eine forschungsstation oder sowas geht das tor auf wenn ich davor fahre so in der art was ist das da hinten sieht nicht gut aus so dann werde ich erstmal mein auto hier reparieren wieso dann ähm was ist das da vorne ok hier scheint irgendein militärlager zu sein hallo hallo so was hatte der earpiece was ist das denn ach du kacke was denn mit dem los geh weg geh weg ach du scheiße state der hat der hat bestimmt mehr in der hose mehr platz in der hose meine ich ist das euer ernst jede hose hat genau gleich viel platz t Wer soll ich das denn abkaufen? Was soll das denn? Och, Mann. Okay. Ich habe immer ein bisschen Sorge, dass da einfach Zombies drin sind. Können ja auch sein. Ah, da ist ja echt nichts drin. Gar nichts. Gar nichts hat er. Genauso. Genauso habe ich das sagen wollen. So, dann fülle ich mal eben mein Ding auf. Zack. Aufgefüllt. Na, was haben wir hier? Noch eine... iPod Detonator. Ach, Kacke. Ne, wir sind auch nicht schlecht. Ich glaube, hier richte ich mein Base ein. Inventory, wo sind meine... Ach, Moment. Ich muss... Ich schreife mein bisschen herum. So packe ich übrigens auch jedes Mal ein. So, dann werde ich hier meine ganzen Sachen pflanzen. So, und hier kann ich das drehen, wie gesagt, Left Control. Ah, ne, geht nicht. Okay. Dann werde ich die anderen Sachen noch anbauen. Ähm, äh, wo sind sie denn? Hier. Das hier. Und das hier. Ich weiß gar nicht mal, was das war. Okay. Dann werde ich... Oh, nicht hauen. Nicht hauen. Alles gut. Dann werde ich noch das hier anbauen. Das glaube ich callen. Dann werde ich... Kartoffeln. Und was habe ich noch? Äh. Keine Ahnung, was das ist. Das werde ich alles auch hier anbauen. Dann schaue ich mal. Ich glaube, die Nails... Ach, das sind einfach nur Nägel. Ich dachte, dass wir irgendwas zum Gegner fernhalten oder sowas. Sowas wie Stacheldraht oder sowas. Ach, kacke. Hier komme ich nicht zurück oder was? Ah, ich versuch's mal. So, so. Ja, das geht. Wer macht denn hier hoch? Hier ist doch niemand drin, oder? Ach nee, ich habe ja gar nicht ganz durchgeschaut. Hallo, ist hier noch jemand? Hier ist niemand. Ah, nice. Hier ist endlich mal was... ...was sinnvolles für mich. Ich finde die Smokes einfach cool, deswegen... Ja. Naja. Die Blowtorch kann ich wieder reintun. Und das Augewehr... Ich glaube, die Fire Axe kann ich... So. Nice. Dann, äh... Ja, das ist schon okay. Kann ich... Cross-Scope... Augewehr-Scope... Ich weiß gerade nicht, wie ich's besser ist. Ähm, das kann ich anbringen. Das kann ich anbringen. Was ist das? Tactical... Ja, das kann ich wohl nicht anbringen. Nicht ändern. Okay. Dann... Oh, ist es bei 2. Oder ich probiere es einfach mal aus. Das ging ja einfach. Am Military Top hat vielleicht sogar noch mehr Platz als der Parker. So, da haben wir... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mal 3 sind 18. Und der hat genauso viel. Das heißt, ich bin jetzt militärisch stylisch gekleidet. Nee, der ist eigentlich... Der ist eigentlich cooler. Dann nehm ich den... Lass ich den an. Okay. Der hat mir Stil, find ich. Ein bisschen. Ja. So, dann haben wir das noch. Und dann packen wir noch die Blowtorch ein. Und dann schau ich nach eben... Noch ein By-Port. Vielleicht kann ich das ja... Zum Beispiel hierfür verwenden. Boah, was find ich denn gerade für krasse Sachen hier. Inventory. Wo hab ich denn noch Platz? Oh, ich kann ja auch einfach... Moment. Zack. 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 Das wegpacken. Und dann ist immer noch nicht genug Platz, weil der 4 braucht. Und nicht zu wenig. Ich hab... Ich hab... Das ist Earpiece. Ach, das ist... Das ist ein Ohrring. Nein, jetzt hat er den Parker wieder ausgezogen. Ach, Mann. So. Das können wir da dran machen. By-Port. Werde ich direkt mal installieren. Moment. Fernweh-Prizen. Was ist das denn für ein komisches Teil? T. By-Port. Das können wir auch. Aprik-Iron-Sign. Nee, das ist nicht so nice wie der... Da ist es nicer. Da hab ich nix. Tut mir leid. Was da ist? Köln eingezeichnet. Köln. Berlin. Hamburg. Camp Stuttgart. Zug-Spitze-Peak. Schwarzwald-Military-Base. Aerospace-Defense-Komplex. Limestone-Query. Ostsee-Compound. Moritz-Farm. Frankfurt-Airfield. Ja, das liegt alles so beieinander. Okay, das ist ähm... Ich glaub, das ist schon ziemlich klar, dass das etwas unrealistisch ist. So, da braucht es nicht. Das kann ich da oben rein tun. Zack. Trink-Pain. Ringen. Essen. Essen. Oh, ich mein... Eigentlich ist das ja... Ach, egal. So, wie geht's meinen Stats? Ich glaub, ich könnte mal wieder was vertragen. Moritamine vielleicht. Pain-Killers würde ich jetzt auch noch nehmen. Pain-Killers. Was sind die Pain-Killers? Das sind Purification-Tablets. Das ist was anderes. Das sind Pain-Killers. Wunderbar. Und ich sollte echt mal wieder was essen. Das heißt... Schwupps. Äh... Schwupps. Ah, ich hab sogar noch zwei Kartoffeln. Schwupps. Und... Ja, Hornsirup kann ich jetzt nicht trinken. Das soll fürs Erste reichen. Vor allem, weil ich... ... nichts anderes hab. So. Wie komm ich hier rein? Ah, okay. Okay. Jedenfalls ist das meine Base hier. Jetzt. So. Dann haben wir einen Eagle. Keine Ahnung. Oh, ein Eagle. Wapp, 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 wapp. So. Dann werde ich die eben noch auffüllen. Dann bin ich ja. So. Dann bin ich ja. putain. Dann bin ich ja. Musik Musik Wunderbar, dann hätten wir jetzt erstmal alles. Ich guck, wenn ich wieder dran bin nochmal nach und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.